so bin ich jetzt hier nicht gerne mich von vorne sind geht gerade nicht schade also letztlich kommen zu einer neuen runde hier auf meinem kanal picklücken richtig wollen das wenn wir spielen des senders bin ich schon drin habe schon eine karte ausgesucht wir gucken mal wie lang müssen alle fahren hier runter ich folge dem mal ah ja okay passt die karte ist auch schon bekannt das problem ist ich kann keine mods machen ich würde gerne mod karte installieren ich habe es versucht ich habe runtergeladen es funktioniert gar nichts keine groß datei runter also der zarte runterladen wo soll ich die dahin man keine ahnung ich glaube ich mache gerade alles falsch aber wir probieren es mal ja so geht das sein auch ich glaube ich muss da gerade runterfahren ich bin aber nicht sicher probieren es mal ja das ist teilweise richtig nein oh mein gott ich stelle mich echt an wie der erste dezenters fahrer willkommen hier beim fahrer kann man auch daran fahren irgendwie fährt er gerade einer lang ich glaube es gibt hier mehrere wege nach rom ich bin aber nicht sicher die fahrende runter warum ich noch mal eingang aus aber das wird ganz lang ist wie das tut mir leid okay hier kann man anfahren dass die brust schnell gar nicht so verkehrt aus botte ich habe die schlechteste karte für mich ausgesucht ja 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 wo fahr ich denn zwang ist aber nicht richtig durch langfahre passt schon wieso gibt es denn so viele wege ist cool ja 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 ich habe keine ahnung ich hier langfahre und das ist ein alter nein oh mein gott du musst die wirklich mit schwung durch okay ich probiere es noch mal du musst da wirklich mit schwung durch alter falter ja welch schwung wenn wir nicht verliere ich habe es noch mal das ist ja eine karte ich glaube ich will gleich eine leichtere eigentlich jetzt so so ich trampel auf weiteren fall runter okay versuchen zum baum und das ist ja also wenn ihr wisst ihr das geht hier eigentlich würde ich fragen oder sagen wenn einer noch nicht ahnung hat wie man diese mod runtergeladen hat die dateien die man auch pc hat auch extrahiert hat wo man die hin machen muss damit man sie nachher hier im spiel sieht weil ich habe es nicht weil ich finde ja optisch mein spiel nicht muss gespeichert habe ganz doofe sache ich habe keinen plan also wenn ihr wisst wie das geht dann bitte schreiben und ich habe hier nur noch ab ich habe hier das nicht das ist eine karte für experten glaube ich also da ist gar nichts für mich oh mein gott so das war jetzt nicht um mein gott sie geht sie runter und das heißt die laba ich muss sagen ist eine schöne karte jetzt mal ohne scheiß aber ich bin zu blöd dazu weil wir schon am gestein sind sind wir auf jeden fall in einem richtig vulkan nein 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 das gibt es doch nicht darum ist das so schwer okay ich bin mal gas dabei so viel zum klima gas ja in ein ufer wasser war einmal der fährt daran wo kann man denn noch daran weil ich folge mal ihm vielleicht hat er den durchblick oh mein gott das sind ja das richtige stahlwände nein aber den weg nehmen wir noch mal den hat mir noch nicht warum ist das so schwer habe ich nicht mehr auch gleich eine andere karte weil ich lange ruhig dann nur damit weil mein fahrerisch ist können echt bescheiden ist okay dass wir dann der wand lang fahren gehen doch eigentlich schon okay ich glaube die karte ist nur gebaut worden um leuten schmerz zu fügen zu fügen weil erst anders geht nicht ja er fährt da lang okay damit schwung kriegen dann probieren wir es noch mal wieso höre ich ihm wieso höre ich jemanden der runterfällt war eine dumme idee mein gott das tut weh das glaubt ihr gar nicht ja also wir probieren so mal gibt es ja überall eingängig jemand hier links runterkommen dass du gute idee ist aber ich war hier schon ja aber rückwärts noch nicht das kann doch nicht hinkommen warum ist das so schwer dann in den sprung gerade machen okay okay dann unten links drüber auch du scheiße die kuh macht schon richtig ich wollte eigentlich an die wand klang oh mein gott das krieg ich nicht hin das ist ja richtig happy wieder lang fahren und dann verliere ich meinen ganzen schwung ich würde ich würde sagen wir nehmen jetzt auch gleich hier nach mal eine neue karte ist ja extrem langweilig oh mein gott ok neue karte bis gleich das tut weh neue karte neue karte neue karte neues glück wir gucken mal ich hoffe hier gibt es nur einen weg runter nicht 10.000 nein es gibt mehrere wege okay wir nehmen wir den hier ich soll ein bisschen schwung nehme ich bin mir nicht sicher ob ich die karte schon mal hatte weil ich habe ein scheiß gedächtnis denkt man bestimmt hat erst hat wie ich denke ich hatte gerade schon mal mache jetzt mal einen seichteren sprung aber das war nicht gut das war nicht gut oh mein gott was mich denn die machen eigentlich ein maxim hallo maxim okay wir machen jetzt einen richtig bösen charm in der schönen ich habe es geschafft maxim das ist mir vorhin auch passiert nein zu kurz zu kurz okay das machen wir noch mal um ein gott ja ich bin langweilig ein bisschen naja ich weiß ich will jetzt hier nicht bis zum ziel kommen und das viel zusammenkarten dann einfach mit euch ein bisschen labern und mehr geht es ja gerade gar nicht oh mein gott der gesprung ist immer noch zu kurz nein wie gesagt wenn ihr ahnung habt wie man die mods installiert dann sagt mal bescheid ich würde so gerne paluten karte spielen auch wenn ich es nicht schaffen werde weil das ist nicht meine stärke sowas kann kommen weil super lieben sehr gut wie komme ich denn weiter ich weiß mein wort ist schon mal gesagt aber ich bin dafür zu blöd ich habe den ersten sprung den maxim bis jetzt verkackt man muss eigentlich mit dem vorderer doch nicht nein okay vergisst es nicht mit dem vorderer aufkommen ganz dumme idee weiß nicht warum ich das eben zweimal geschafft habe ok soweit so gut aber ich komme nicht weiter ich gucke mal ob es hier noch ein weg gibt oder ihr muss doch noch ein weg runtergegeben aber hier hier ist doch irgendwas wir nehmen den weg ich glaube der ist gesünder er ist glaube ich für die anfänger oh mein gott zu schnell aber ich bin gar nicht gerade mehr für so games hier ist das gefühlt einfach zu schnell das mache ich hier keine ahnung ich fahre mich hoch ich glaube hier werde ich jetzt angekommen ja parkbank gut tag okay dann können wir würden jetzt hier runterfahren dann holen wir uns schwung landen hier auf der rampe nice holen uns hier schwung und landen nicht auf der rampe ist scheiße ich hätte überlebt nein ich idiot das war so ein kleiner mini skatepark oder bikerpark man nicht nur aber hier geht's auch unter hier geht's auch unter in dem weg der ist ja oder der ist ja schön da kann man schön langsam fahren weil er so viele platz das so ein slow weg so bitte langsam fahren und nicht auf die schnauze fallen genau das richtige für mich war nicht schön hier weil ich komme doch noch ins ziel nice gefällt mir gut schöner schlichter langsamer parkour kurs ne ja nein ist also wie gesagt wenn ihr wisst ihr dass mir die mods geht dann schreibt die kommentare ich denke mal ich muss die datei irgendwo hin machen ich finde aber das game nicht ich raffe es wirklich nicht weil ich würde gerne ein paar looten karte oder irgendeine andere karte gespielt aber es funktioniert nicht ich weiß nicht ob das kaufen muss bezahlen muss oder so aber die datei habe ich ja schon runtergeladen dumme idee nein ich war soweit ich weiß nicht ob wir hier gestorben sind oder irgendwo da vorne aber ich bin jetzt nicht mit euch die ganze strecke runtergefahren aber man speicherpunkt gemacht damit wir nicht gleich wieder von oben anfangen irgendwo bin ich hier gerade verreckt ich weiß nicht wo und dachte ich mache man speicherung ja ich glaube hier irgendwo ja hier na klar da hier bin ich gestorben da wollte ich in saltimann das ging voll in die hose das jetzt eher so meine strecke so ein bisschen gegenstände im weg so ein leichtes drüberfahren das ist schon eher meins als dieses speed up berg also dieses berg speed up ding das finde ich viel chilliger und das macht auch mehr fand was ist denn euer lieblingsgericht schreibt sommer die kommentare aus euer lieblings game schreibt sommer die kommentare was eure lieblings spiele art wie sage ich das oder ist das ziel ne geil konsole oder pc worauf zockt ihr xbox oder playstation nintendo was ist euer ding worauf zockt ich bin glaube ich eigentlich da ich hin will nämlich ganz unten dann werden wir auch von da lang kommen ok wenn ich jetzt dadurch zielfache ist das vorbei jetzt erst mal ja ganz geschafft na ja dann würde ich jetzt sagen dass wir ein kurzes knackiges video wir haben uns ein paar strecken angeguckt die eine war gar nichts für mich die andere eigentlich auch nicht da gab es nur dann den alten leuteweg einfach ein bisschen bergab er war mein weg der wahrscheinlich da kann ich mit euch ein bisschen schnacken oder reden wie auch immer man das sagt die hamburg sagt schnacken und so naja jeder sagt anders da wir haben in deutschland 1000 dialekte ich konnte fast an der wand lang fahren wie gesagt was soll lieblingskontrolle hinterher wie ich eben euch gefragt habt ihr antwortet ruhig das würde mich wirklich interessieren und wenn ihr bock ab checkt man kanal ab ich habe ein paar folgen die senders drauf und ja ich bin echt der froh und ist denn das gibt so viele spiele wo ich einfach nichts drauf habe das ist ganz nice für jemand der gaming kanal macht deswegen lange rede kurze sind wenn ihr bock habt lassen aber da schaffst du kommentare geht die glocke ich europä glück oder können bin hier mit raus bis out und out